So, jetzt läuft's wieder. Achso, hätt ich eigentlich, naja. Hättest du eigentlich, ja, ist egal. Egal. Dürfen wir uns beim Rosetten zugucken? Juhu. Freut ihr euch? Ich freu mich. Oh mein Gott, wir spielen Marius Treasure Hunt 2, ist unglaublich. Oh mein Gott. Hätt ich auch nie mit gerechnet. So, jetzt darfst du ja schon wieder spielen. Ach, scheiße. Egal, mach mal. Ich kann mich auch umbringen. Ach, Quatsch. Ah. Die Beach Party. Die heißt doch wirklich so. Sehr schön. Du, Spoiler. Nein. Es hatte Nico uns doch schon gesagt, dass es eine Beach Party ist. Poker Face. Das ist so cool, der Port. Oh. Das ist einfach nur ein Block. Also, ich würde hier auf keinen Gegner raufspringen. Da, 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 da. Ja, feiern, das soll man nicht stören, ne? Also, ich glaub, bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaub, der Kruppe hatte einen leichten Sonnenbrand. Ich glaub auch, ja. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. die so wahrscheinlich auch mehr so ein Level zum mitsingen auch wirklich ja schon ist nicht schwer bisher oh oh das ist cool gemacht mit der Disco-Dau das wär was für dich gewesen ja mal gucken ach du guck mal der Goomba macht so n ich würde auf die nicht rauf springen nee aber auf die bewegenden Goombas kannst du auf jeden Fall rauf wie heißt das Lied? das ist auch Moment, ich will das jetzt wissen wie heißt das Lied? ich weiß, aber ich weiß den Namen nicht ja klar, das ist irgendeins von diesem entweder Gigi D'Agostino oder nee, nee heute ob du was seid oder was weiß ich da gibt so viele verschiedene Arten ist doch dieses Lied, wo nur getrommelt wird die ganze Zeit am Anfang, oder? ja ja ist egal, ich weiß jetzt nicht hast du jetzt geschafft hol dir die Münze da oben ja hey wie heißt das Lied? am Anfang ist immer dieses ich weiß schon ja, das ist wie heißt das denn? ich hab keine Ahnung egal So, viel Spaß im Abundant Hotel. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob du, hast du The Second Reality, Reality Pro 2 gespielt? Da gibt es auch so ein Hotel und ich hasse das Level. Ich habe da bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen oder nochmal. Aber Nico sagte mir, ich soll es mal spielen. Ja, auf jeden Fall. Ah, guck mal, da ist jetzt mit dem Hotel auch ganz cool gemacht. Gottes Willen. Hast du aber Glück gehabt, dass er dich nicht getötet hat? Ja, ich dachte auch schon, was geht jetzt ab? Ja, das ist genau so wie bei dem Dings. Ich hasse das Level. Also bei The Second Reality Project Reloaded. Oder nee, 2 ist es. Ja, das war toll. Direkt nochmal machen. Da hast du halt auch mal so Zimmer und musst eben auch Items suchen. Und ich denke mal, das muss er jetzt hier auch machen. In den Kühlschrank irgendwie rein? Nee. Äh. War ich eben in der 1 oder in der 2? Na, 2 war ich nicht. Du warst in der 2. Ja. Äh. Ist ein Fenster raus? Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Ah, hier. Okay. Yay. Sehr cool. Und weiter geht's nach oben. Ja, jetzt brauchst du noch auf. Ob der in der 3 oder 4 sein wird. Hier brauchst du erstmal ein Springboard. Äh. Oder ein Goomba. Ja, genau. Ist da was? Keine Ahnung. Da wird schon was sein. Aber wie käme man da... Vielleicht kommt man da von oben mal runter oder so. Nee, da... Ich denke jetzt, dass ich da irgendwas gegenschmeißen muss oben. Warte mal. Ich käme jetzt mal weiter. Gucken wir. Mann, warum sind die in die Türen? Komisch. Naja, wir werden sehen. Nee, es würde doch Sinn machen, dass man da was oben gegenwirft und dann... Ja, klar. Hier ist auch nichts weiter. Ist da noch ein drittes Zimmer gewesen? Ich weiß jetzt nicht. Hm. Warte, wir gucken mal. Ja. Ja, tatsächlich. Ah, gut. Okay. Kühlschrank. Mann, warum ist im Kühlschrank nie was drin? Sehr gut. Da war Donoff auf jeden Fall. Hier ist nichts weiter. Okay. So, gut. Dann haben wir das jetzt hier auch. Sehr schön. Und nach oben. Sehr schön. Acht. Sieben. Achso, ja. Oh. Da brauchst du wohl einen Schlüssel. Ja, das wäre cool. Ja, stimmt. Schlüssel, um das aufzuschließen. Der darf aber nicht wie ein Schlüssel aussehen, theoretisch. Jo. Ja, wie so ein Brecheisen. Gehen. Oh, das ist eine coole Idee. Das merke ich mir mal. So ein Brecheisen. Okay, ist auch nichts weiter. Da ist schon mal kein Eis. Warum ist da eine Röhre? Da muss doch irgendwas sein. Da muss doch irgendwas sein, was ich da mitnehmen kann. Hm. Oder eine Acht. Ich weiß es nicht. Ja, da ist er richtig. Mann, ich will in den Kühlschrank reingehen. Ja gut, okay. Dann ist jetzt klar, was jetzt ist. Aber was ist dann hier mit der 6? Keine Ahnung. Die ist dann vielleicht einfach nur eben zu. Ach, das hatte doch einen Secret Exit, oder? Was? Um Gottes Willen. Keine Ahnung. Ich glaube schon, da waren Schlüssel. Doch, klar. Jetzt hier in den Kühlschrank. Ja, wow. Ich be... Hat das gefunden. Ah, ich liebe Leute, die in den Kühlschränken was verstecken. Also ich verstecke in den Kühlschrank nichts, aber reintun tue ich auch was. Das ist jetzt hier zu Hause. Wir waren ja vorhin schon mal dabei, dass Real Life total kacke ist. Toastman Mario. Willst du nicht das Abandoned Hotel muss? Was ist das denn? Hi Marriott. Ah, okay. Das ist cool. Das ist wahrscheinlich wie... Oh nein, ich muss den... Ist das ein Yoshi? Ist das ein bewegt? Ja, das sah eben so aus. Ah, ne, ist aber glaube ich kein Yoshi. Das wäre viel zu umständlich ein Yoshi. Nee, ist ein Schlüssel. Ein Yoshi, da müsstest du ja 1000 Animationen umzeichnen. Und der Yoshi könnte das essen, aber... Oh Gott, nicht so ein Bullet-Bill-Level. Haha. Oh, ne. Nein! Oh! Hahaha. Nicht so Bullet-Bills überall. Das mag ich nicht. Hahaha. Schon das zweite Bullet-Bill-Level, das du machen darfst. Hahaha. Nur weil ich so neugierig war Habe ich jetzt davon Du hättest auch das Hotel machen können Ja, es wäre besser gewesen, hätte ich gewusst wie es geht Richtig Du hast mir ja schon alles vorgekaut, Hilfe Jetzt bist du ja fast fertig, von daher Ist doch gut Midway ist gleich fast fertig Ja Du hast ein neues Power-Up bekommen Aber ich bin gespannt, wie das Post Office aussieht Bestimmt einfach nur ein Haus Genauso, wo da ein Post draufsteht Ja, bestimmt irgendwie Ah Auch heute mit meinen Vorahnungen Cool Alter, was war das? Ein bisschen rumgesponnen, die Musik Coole, coole Sache Jo Ah, guck mal, hast du schon deinen Bonus Willst du das machen? Nö, 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 mach du ruhig Ich hab genug von Bonus Ja, okay Von Boni Boni, genau Und hier gibt's scheinbar tatsächlich neun Welten Och nein Die Musik, ich hasse sie auch Mittlerweile Also sie ist klasse, aber Ich mach das Level nicht Ich weiß nicht Ich bin da so schlecht drin Ich weiß nicht, ob du das besser kannst Aber ich kann das gar nicht Dann geh ich mal rein Alles klar Wie lange nimmst du schon auf? Entschuldigung Wie lange geht der Part? Ich guck gleich Okay Ist grad'n bisschen Mist Ja, gut, okay Äh, 10 Minuten Na gut Dann mach ich erstmal das Hotel, okay? Also werd'n Jetzt nicht stören Tu das Ich hab hier mein Level, in dem ich ne Weine hängen werde Ach, Quatsch Boah Das ist cool mit dem Haar Stimmt, der hätte mich eigentlich mal töten können Toten Das war sozusagen der An der Rezeption Oder? Kann man das noch sehen? Das war die Rezeption, ja Jaja, genau Eins Stimmt Woh, Hilfe Sehr gut Schön, schön Lauf in den Geist rein Ja, ich hab nicht mit gerechnet, dass ich da auf das komische Ding gehen muss Fünf Oder gehen kann Fünf und dann war's, glaub ich, sieben oder so wieder Oder war's dann acht Ah, nee, erstmal kommt sechs Ach, sechs war allerdings das Ding Sechs war zu Sechs war zu, richtig Sechs war der Secret Exit Durch den Kühlschrank Ich find's genial Nee, sechs war nicht der Secret Exit Doch Der Secret Exit war neun Ja klar, aber im Endeffekt der Raum mit dem Schlüssel war dann im Endeffekt die Sechs Achso, meinst du das? Mhm So könnte man's interpretieren, ja Nee, stand da auch ne Sechs Achso Okay, okay, hab ich nicht gesehen War's jetzt sieben oder was? Acht Ich glaub acht Na, ich geh mal in die Sieben Ja, war da Das war direkt am Anfang, war auf der Fensterbank die Genau Da Mensch, ich will doch nicht jetzt alles voll gähnen hier Na, bei der Uhrzeit ist das verständlich Ja, trotzdem, muss ja nicht sein So, was war jetzt Äh Achso, das hatten wir noch nicht Das hatte ich ja noch nicht Ich geh mal davon aus, dass es jetzt auch neun ist Okay, es ist zehn Oder elf Keine Ahnung, was es gibt Ich würde auf elf tippen Okay, es gibt nur zehn Schön Ich hätte sagen müssen, ich würde auf das ganz rechts tippen Richtig So, sehr schön Gut, das dürfte es gewesen sein Zeit für einen Boss Hopp' ich mal Ach, scheiße, Boss Nö So viel zum Boss Kein Boss Schade Nicht schade Kein Power-Up hatte ich Das wäre, boah So, wo geht's jetzt hin? Irgendwas mit UFO Außerirdisch Aliens Arrived, ja Willst du ja eigentlich was machen? Na, Alter, super, wenn die Aliens angekommen sind Achso, du weißt das gut, okay Die Musik ist aus DKC2, ne? Ich weiß es gerade nicht Aus dem Level sogar mit den Mit diesem Totenkopf Bist du sicher? Boah, das kann dauern Bei mir Naja, machen wir mal ein neues Video Yo Tschüss Adios, Muchachos